Musik Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Jogler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 2. November, Freitagabend, der Sabbat hat angefangen, kurz nach 8, habe ich mich hier zusammen mit zwei Brüdern in Christus eingefunden, um den Sabbat auf eine vernünftige Art und Weise zu beginnen. Das nämlich in dem Sinne gemacht wird, dass wir die nächste Lesung machen von dem Buch von Theodor Griesinger, den zweiten Band inzwischen seines Werkes von 1866, über die, wie heißt das so schon, ich kann mir den Titel niemals merken, die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, fünftes Buch, die Ehrlichkeit der Jesuiten, Ehrlichkeit, und die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt, das zweite Kapitel, das anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode, da gehen wir in den zweiten Teil der Lesung rein, heute halt wieder mit meinen Gästen Michael und Viktor, was ich immer schön finde, die beiden begrüßen zu können, entweder nur einen von beiden oder beide, am schönsten ist, wenn sie beide dabei sind. Und wie gesagt, die heiße ich dann jetzt auch ganz herzlich willkommen, am ersten Michael, da wohnt man ja auch am dichtesten bei hier, und den kennt ihr auch schon am besten, weil der ist ja am längsten bei mir Gast in diesen Sendungen. Michael, schönen guten Abend, herzlich willkommen, und ich hoffe, es geht dir gut, und wir können zusammen jetzt eine schöne Sabbatzeitungsstudie miteinander verbringen. Hallo und guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ohne weitere Verzögerung gebe ich direkt weiter an Bruder Viktor. Ja, hallo, moin, moin, und ja, schön auch dabei zu sein. Ich denke, für alle Geschichtsinteressierten, wie für mich zum Beispiel, ist jetzt auch, genau wie du sagst es, Jörg, so eine Einleitung in den Sabbat natürlich ein schönes Ereignis, und dann denke ich auch, fahr mir fort mit der Lesung. Ja, und wenn wir diese Lesung abgeschlossen haben, dann können wir vielleicht noch einen Bibelfers oder zwei lesen, entweder jeder für sich oder wir zusammen, wie auch immer. Auf jeden Fall wollte ich euch noch dieses Bild hier nachreichen. Wir hatten letztes Mal gelesen über Michel Letellier, der Beichtvater König Ludwigs XIV. in Frankreich wurde, nachdem Lachaise verstorben war. Und ich hatte dann noch ein Bild vorbereitet, und hatte da letztes Mal gar nicht dran gedacht, euch das zu zeigen. Wir sind jetzt im Augenblick zwar mit dem Letellier nicht mehr beschäftigt, aber ich möchte euch das Bild nochmal eben zeigen, dass ihr das seht. Das ist also der Michel Letellier, der dann später der Beichtvater von König Ludwig XIV. wurde und halt den eisernen Griff der Jesuiten auf die französische Königschaft weitergeführt hat, nachdem Lachaise das ja bereits so weit gebracht hat, dass der Ludwig XIV. das Edikt von Nantes widerrufen hat und damit die Huguenotten zum Abschuss freigegeben hat. Wir fahren jetzt fort, heute in der Lesung auf Seite 158 im PDF. Das ist, wie ihr seht, 151 in dem Buch hier. Und zwar in diesem zweiten Absatz, den wir hier sehen. Aus allen diesem geht zur Genüge hervor, was wir also vorher jetzt gerade gelesen hatten. Aus allen diesem geht zur Genüge hervor, dass sich nicht allzu viel Gedrucktes über den Jesuitenorten vorfindet. Allein dieses Wenige hätte vollkommen genügt, der Welt ein richtiges Bild von jener Sozietät zu geben, wenn man nur Kenntnis davon gehabt hätte. Diese Kenntnis jedoch warte der Menschheit nicht zuteil. Und zwar einfach deswegen, weil die Söhne Leolas nie und nimmer ein Exemplar ihrer Statuten an einen Laien, ja nicht einmal an einen Ordensbruder niedrigeren Ranges abließen. Wenigstens verlautete auch nicht ein einziges Mal, bis zum Jahr 1761, dass irgendjemand außer den schwarzen Vätern selbst ein Corpus Institutorum Sozietatus Jesu in den Händen gehabt hatte und dass man über das jesuitische Institut wusste, das wusste man aus mündlichen Mitteilungen, aber beruhte auf den bloßen Vermutungen. Umso größer war das Erstaunen der Welt, als endlich in dem Prozesse Lavalette, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Wie wir im vierten Buch gesehen haben, sagte Autor, ein solches Exemplar, ein Abzug der Prager Ausgabe vom Jahr 1757, dem Parlamente von Paris auf dessen strenges Verlangen vorgelegt wurde und noch höher stieg dieses Erstaunen, wie man nun den Inhalt des Corpus Institutorum erfuhr. Wahrhaftig, diese Auslieferung eines Exemplars ihrer Statuten war die allerunvorsichtigste Übereilung, welche die Söhne Loyolas in der Person des Paterprokurators von Montigny je begangen haben. Und sie hätten später viel darum gegeben, wenn man die Gesamtsünde des Paterprokurators hätte rückgängig machen können. Allein, das Parlament hatte einmal das Buch in Händen und gab es um keinen Preis mehr heraus. Im Gegenteil, gestützt auf den Inhalt desselben, erklärte es alle Bullen, Breven und Briefe der Päpste, welche den Jesuitenorden betreffen, desgleichen die Konstitution des Ordens und die Erklärungen über dieselben, die Dekrete der Generale und der allgemeinen Kongregation, sowie überhaupt alle anderen Verfügungen der Oberen für grobe Missbräuche, und zwar aus folgenden Gründen, die wir gleich näher erörtern werden. Ich möchte nur kurz einen Kommentar dazu abgeben. Ich wäre eine Jörg in meiner Lesung, wenn ich nichts kommentieren würde. Wir sprechen hier über das französische Parlament Mitte des 18. Jahrhunderts. Wir wissen aber aus der Lesung des Jesuitenschwurs, den ich ja auch vorgelesen hatte im Deutschen, in einer wunderbaren Übersetzung, die mir gemacht wurde von... War es Victor? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich war das nicht. Du warst das nicht. Wer hat mir das dann noch übersetzt? Ach ja, das war natürlich die letzte Arbeit von Andreas nach Herrscher des Bösen. Der hatte mir das noch gemacht. Stimmt. Und das war ja die tiefstgehendste Lesung und Analyse des Jesuitenordens, die überhaupt in deutscher Sprache im Internet irgendwo zu finden ist. Könnt ihr ja gerne vergleichen. Ich will mich nicht irgendwie rühmen, aber das ist nun mal ein ganz einfaches Fakt. Den Schwur hat niemand in der Ausführlichkeit und Vollständigkeit sonst irgendwo in Deutsch bis jetzt besprochen gehabt. Und wie wir daraus wissen, ist es ja auch, dass dieser Schwur Teil war der Kongressbibliothek im amerikanischen Kongress vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Da frage ich mich einfach nur, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte mit meinem Kommentar, Wenn wir jetzt gerade hier darüber lesen, wie das im Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich angenommen wurde und wie Frankreich reagiert hat, wobei wir wissen, dass es schlussendlich zwei Jahre später, nämlich 1763, wenn ich mich nicht irre, zum Verbot des Jesuitenordens in Frankreich sogar geführt hat, warum hat das nicht irgendeinen ähnlichen Aufruhr damals verursacht, als das in den Kongressionalen, in der Bibliothek des Kongress in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen wurde. Das ist eine berechtigte Frage, wie man sich stellen kann. Und ich kann die Frage nur insoweit, vielleicht für einige befriedigen, vielleicht für andere unbefriedigend, beantworten, als dass ich sagen kann, die Vereinigten Staaten von Amerika waren von Anfang an von Jesuiten errichtet worden. Und deswegen ist da nicht so eine Aufschreitung gemacht worden. Deswegen kümmert es auch kein Schwein in Amerika, dass JFK ermordet wurde oder wir ermordet wurden, weil die Leute in den oberen Rängen ganz genau wissen, wer ihn ermordet hat, warum er ihn ermordet hat und wie er ermordet wurde. Und die wissen alle ganz genau, wenn sie ihr Maul auch nur ein bisschen aufmachen, dann wird ihnen genau das Gleiche passieren. Das ist diese Angst, diese Angst und dieser Druck, mit dem die Jesuiten in den Vereinigten Staaten von Amerika regieren. Das ist ihr Land, es war immer ihr Land und das wird darum sein, dass da in Amerika kein großer Aufschrei von kam, obwohl dort der Schwur, der vierte Schwur der Jesuiten in Amerika in halt die Annalen des Kongress oder der Kongressbibliothek Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen wurden. Da kam kein Aufschrei von. Frankreich wurde nicht von den Jesuiten gegründet. Da hatte die Öffentlichkeit anscheinend noch eine, lass uns mal sagen, eine weniger stark kontrollierte Response geben können oder Antwort geben können und deswegen wurden die Jesuiten da schlussendlich dann auch verboten. In 1763, wenn ich mich nicht irre. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir uns mal durch die Frage stellen müssen, warum ist das so? Und der gleiche Punkt ist von, wenn diese Dinge dann noch offen zugänglich sind, weil ich hole mir diese Information ja aus dem Internet. Das Griesinger Buch habe ich aus dem Internet, den Eid der Jesuiten habe ich aus dem Internet. Da muss man sich ja nur sagen von, ja, aber guck mal, all unsere regierenden Leute heute, die haben doch dieselbe Möglichkeit, sich die Dinge zu besorgen. Warum wird denn das nicht angeprangert? Warum spricht denn da keiner drüber? Weil sie Angst haben. Weil sie nicht freigemacht sind mit der Freiheit, mit der wir wahren Christen durch Jesus Christus freigemacht sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch nochmal eben ansprechen wollte, bevor ich jetzt weitergehe in der Lesung hier. Michael oder Victor, habt ihr da vielleicht eine Bemerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe? Ja, ich würde sagen, dass auch die meisten die Meinung machen, eben viel Geld haben und die Liebe zum Geld ist ja bekanntlicherweise die Wurzel allen Übels und demzufolge, denke ich mal, viele halt einfach Angst um Diskreditierung ihrer sozialen Stellung etc. haben und deswegen dann auch weiter halt einfach nur die Hand aufhalten und dafür sozusagen geschmiert werden, damit sie halt einfach gute Miene zum bösen Spiel machen. Meiner Meinung nach hat das dafür ganz viel damit zu tun, dass wenn ich ein Land regiere und ich halt einfach auch die Finanzmacht in den Händen habe, wie es halt in den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall ist, über die Fed, über die Federal Reserve Bank, dass ich da natürlich auch eine ganze Menge Macht habe, die ich ausüben kann und auch Leute kaufen kann, die ich an die entsprechenden Positionen stelle und dann kommen halt die Nachrichten, die man vielleicht gerne hören würde, die kommen erst gar nicht durch, weil die Leute an entsprechenden Schaltstellen sitzen und ich denke, das ist halt ja seit vielen Jahren schon so. Ich erinnere mich da ein Interview mit einem damaligen Redakteur der New York Times im Jahre 1850, der gesagt hat, dass Journalisten alles nur intellektuelle Prostituierte wären. Ja, du sprichst von dem Swinton, das war aber nicht 1850, das war 1881 und der war Chefredakteur der New York Times und zu seiner Abschiedsrede hat er das gesagt. Ja. Ja. Ja, das war schon eine ganz interessante Rede, zumal eben, wie du gerade sagst, das Zitat zum Abschluss, wir sind intellektuelle Prostituierte. Da hat er mit Recht, aber im Grunde sagt er uns ja alles nichts Neues, die wir Inter Merifica und Miranda Prosos aus dem 20. Jahrhundert kennen und wissen, dass die sogenannte Presse von Beginn an kontrolliert wird von der römisch-katholischen Kirche. Naja, und was die Vereinigten Staaten von Amerika angeht, also die Federal Reserve, die du angesprochen hast, in Europa ist das nicht viel anders. Da ist dann halt die EZB, also die Europäische Zentralbank, international ist es der Internationale Währungsfonds, IMF, an höchster Stelle der Zentralbanken, es ist die BIZ in Basel, wenn ich mich nicht täusche, dass die sitzt, in der Schweiz, also die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank, der Zentralbanken der Welt, das ist ja alles von den Jesuiten durch Malteser Ritter und andere Ritterorden kontrolliert, das wissen wir ja auch. Also, na, die Kontrolle der Federal Reserve spezifisch sagt ja jetzt gar nichts zu, weil das in Amerika ist das die Federal Reserve, bei uns ist es die EZB und weltweit ist es der IMF, das ist aber immer, immer, es sind immer dieselben Leute, die das kontrollieren. Der Punkt ist nur, den ich persönlich ein wenig finde, wo manche Leute könnte sich vielleicht eine Frage stellen, warum, und der Griesinger schreibt da jetzt auch drüber, hat das solche hohen Wellen geschlagen in Frankreich im 18. Jahrhundert, aber nicht in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts und der Grund ist halt einfach nicht nur die Kontrolle, die die Jesuiten in Amerika ausüben, sondern vor allen Dingen eben, dass sie die Verantwortlichen sind, die das Land überhaupt gegründet hatten. Ja, das Land wurde gegründet von den Illuminaten, die Geheimorganisation, hinter der sich die Jesuiten versteckt hatten, nachdem sie 1773 verboten wurden, die von Adam Weishaupt aufgerichtet wurde. Das ist ihr Land, deswegen sind sie auch niemals aus Amerika verbannt worden. Ja, und in anderen Ländern, da kümmern sich die Leute da komischerweise gar nicht so sehr drum. Wie gesagt, das war nur ein Punkt, den ich mal ganz kurz anführen wollte, um zu sagen von, man muss sich das gar nicht so fragen, auf der anderen Seite ist es ja in Deutschland auch so. Wir wissen, dass Bismarck 1872 mit dem Jesuitengesetz die Jesuiten in Deutschland verboten hat und da gräht heute auch kein Hahn mehr nach, weil das weiß kein Mensch mehr. Kein Mensch informiert sich über solche Dinge. Solche Geschichte wird auch nicht gelehrt. Warum wird solche Geschichte nicht gelehrt? Na, weil diejenigen, die Geschichte lehren, diejenigen sind, die die Geschichtsbücher kontrollieren. Überall in den ganzen Gremien, wo Geschichtsbücher oder irgendwas geschrieben wird, was wichtig ist für die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen in Schulen, Universitäten oder wo auch immer, die ganzen Lehrbücher werden kontrolliert von Jesuiten. Da könnte ich jetzt sagen, jetzt ist der Jörg aber langsam Schizowenern werden und sagte, es sind alle von Jesuiten kontrolliert. Das ist so, deswegen findet sich solche Lehre, solche Geschichtslehre, wie wir sie hier mit diesem Buch in Verbindung mit der Bibel und in Verbindung mit anderen protestantischen Büchern oftmals machen können. Deswegen findet sich sowas im Mainstream nicht und deswegen wollte ich da nochmal ganz kurz eben drauf ein. Deswegen ist es so wichtig, diese Geschichte hier zu kennen, weil dann hat man einen wirklichen Blick auf die Welt und dann versteht man auch, warum im Grunde nichts Verschwörungstheorie ist, aber warum man endlich die Verschwörung erkennt. Weil schlussendlich, um mal jetzt diesen Kommentar zu einem kleinen Schluss zu bringen, wenn wir über Verschwörungstheorien sprechen, dann sprechen wir nur von einer einzigen Verschwörung und das ist die Verschwörung von Satan mit seinen gefallenen Engeln zusammen, die sich verschworen haben gegen die Menschheit und gegen Jesus Christus. Das ist die Verschwörung und die kann jeder in der Bibel öffentlich zugänglich nachlesen. Man muss es halt nur verstehen, wie es gemeint ist. So. Dann werde ich mal fortfahren in der Lesung hier. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben hier? Da unten in dem Satz. Erstens, weil das Statut der Gesellschaft fährt der Auto fort. Erstens, weil das Statut der Gesellschaft beim Ansehen der Kirche, der allgemeinen Konzilien, des heiligen Stuhles und aller geistlichen Gerichtsbarkeiten sowie auch dem der weltlichen Monarchen und Souveräne zuwider ist, indem der General der Jesuitenkraft der ihm erteilten Privilegien in Jungtum Nobus Bulle erinnern wir uns, Handlungen begehen und Befehle erlassen könnte, die ganz im Widerspruch mit den Beschlüssen der Konzilien, mit den Bullen der Päpste, mit den Verfügungen der höheren Geistlichkeit, also der Kurier, die Kardinalsversammlung und dergleichen und mit den Gesetzen weltlicher Regenten stünden. Vermöchte ja doch weder geistliche noch weltliche Gewalt etwas über einen Orden, in dessen Macht es gegeben ist, seine eigenen Konstitutionen zu verändern, aufzuheben und zu widerrufen, oder auch nach Umständen ganz neue zu machen, ohne dass irgendeine Obrigkeit, ja auch selbst nicht einmal dem römischen Stuhle, die auf sich darüber zustände. Zweitens, weil nach der Konstitution des Ordens ein einziger, der General, eine absolut monarchische Gewalt über die ganze in allen Weltteilen verbreitete Gesellschaft und über die sämtlichen Mitglieder derselben, selbst über solche ausübt, welche durch die Ämter, welche sie bekleiden, exempt sind, also ausgenommen sind, und weil sich diese Gewalt nicht nur etwa auf die Verwaltung der Güter und auf das Recht, Kontrakte zu schließen und wieder aufzuheben, sondern sogar so weiter streckt, dass alle und jede, welche der Gesellschaft angehören, verbunden sind, diesem Oberhaupte, ebenso wie Jesu Christo, also blindlings, ohne Rückhalt, ohne Ausnahme, ohne Untersuchung, selbst ohne innerlichen Zweifel zu gehorchen, ja, alle seine Befehle mit eben der Pünktlichkeit, als wären sie dogmatische Gesetze des katholischen Glaubens zu vollziehen und ihm gegenüber mit Verleugnung seiner eigenen Sinne ein willenloses Werkzeug, gleichsam ein lebendiger Kadaver zu sein. Das war jetzt ein ziemlich langer Satz, den man im Grunde auf wenige Worte zusammenfassen kann, wenn man es in den Worten ausdruckt, die John Fitzgerald Kennedy in seiner berühmten Ansprache über die Geheimorganisationen Anfang der 60er Jahre gebraucht hat. We are ruled by a ruthless monolithic conspiracy. Mit diesen paar Worten hat John F. Kennedy alles das zusammengefasst, was wir hier gerade eben gelesen haben. Er hat ein Oxymoron gebraucht, also ein Widerspruch gebraucht, um deutlich zu machen, wer die Welt, in diesem Fall, wovon er gesprochen hat, Amerika regiert. Wer Amerika in einem eisernen Griff gefangen hält. Er sprach von einer ruthless monolithic conspiracy. Diese drei Worte, mit diesen drei Worten kann ich alles das zusammenfassen, was Griesinger in diesem ganzen Absatz in einem Satz gerade eben gesagt hat. Ich muss es nur richtig verstehen. Ruthless, also rücksichtslos. monolithic, das ist monoistisch oder monolithisch, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau übersetzt, aber mono steht halt für einzeln. Und conspiracy, eine Verschwörung, ist immer zwei oder mehrere Personen, mindestens aber zwei. Von daher ist monolithic conspiracy, also eine monolithische Verschwörung, ein Widerspruch, weil entweder ist etwas einzeln oder es ist eine Verschwörung, das heißt mindestens zwei. Einzeln zwei geht nicht, das ist der Widerspruch und genau diesen Widerspruchs hat damals John F. Kennedy sich bedient, um den Menschen deutlich zu machen, dass nur die Organisation der Kompanie Jesus, der Gesellschaft Jesu, auf das nur diese für sich beanspruchen kann, mit einer monolithischen Verschwörung verstanden zu werden. Weil, das ist genau das, was der Griesinger uns hier gerade eben gesagt hat, die ganze Gesellschaft, jedes einzelne Mitglied, agiert im Willen von General. Obwohl es also viele sind, agieren sie wie eine Person, nämlich wie der General. Was dem seine Befehle sind, was dem seine Orden sind, was dem seine Instruktionen sind, die werden von jedem, ohne dass er sein eigenes Gehirn benutzt, zu denken, abzuwägen, Gewissen einzusetzen oder was, umgesetzt. Der ganze Orden von 5000, 10.000, 20.000, spielt keine Rolle, wie viele Personen handelt wie eine einzige Person. Durch die geistigen Exerzitien des Ignatius Loyola sind die Leute so gehirngewaschen, dass sie perende Akkadaver sind, dass sie wie ein toter Leichnam sind, mit dem Geist nur ihres Generals erfüllt. Wie ein Stock in der Hand eines alten Mannes, der diesen Stock einsetzen kann, wie er will, als Gehstock, als Schlagstock, als Zeigstock, was auch immer. Die Axt in der Hand eines Holzhauers, der die Axt einsetzt, um den Baum zu fällen, ohne dass die Axt da irgendetwas zu tun kann. Es ist der Baumfäller, der die Axt einsetzt. Es ist der alte Mann, der den Stock einsetzt. Es ist der General, der die toten Leichname seiner Gesellschaftsmitglieder mit seinem Geist erfüllt und die daher diese ganze Organisation der Jesuiten wie ein Mensch agiert. Das ist die monolithische Verschwörung, von der John F. Kennedy damals gesprochen hat. Er hätte es nicht treffender sagen können. Und glaubt mir, die Jesuiten wussten ganz genau, was John F. Kennedy mit monolithic conspiracy, also mit monolithischer Verschwörung gemeint hat, als er das sagte. Das war mit einer der Gründe, weshalb er weggeschafft werden musste. Und John F. Kennedy war eingeweiht, weil John F. Kennedy war ein vierter Grad Ritter von Kolumbus. Und die Ritter von Kolumbus haben es sich zur Aufgabe gemacht, das steht in deren Konstitution drin, und übrigens der Eid der Ritter der Kolumbus ist ganz ähnlich dem der Jesuiten, ist nur in einigen Worten hier und da ein wenig anders, ansonsten ist das derselbe. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Republik, die Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika unter die Fittiche des Vatikan zu bringen. Das ist überhaupt der ganze Grund ihrer Existenz. Ritter von Kolumbus, K of C, K O C, schaut das mal nach, im Internet, tut eure eigene Nachforschung darüber. Und John F. Kennedy war ein KFC des vierten Grades, das ist schon ziemlich hoch. Sein Vater war noch ein bisschen höher, der war auch ganz stark involviert im Zweiten Weltkrieg mit Busch und Bin Laden später und was weiß ich nicht alles. Da will ich jetzt gar nicht alles drauf hinaus. Aber ich wollte eben mal drauf hinaus, dass der Griesinger diesen ganzen großen Absatz, den wir gerade hier gelesen haben, das ist ein Satz, diesen ganzen Satz gebraucht hat, um im Grunde, ich werde ihn mal eben kurz markieren, um im Grunde dasselbe zu sagen, für das John Fitzgerald Kennedy, 1963 war es, Anfang des Jahres glaube ich, in seiner Rede, in seiner Rede, in seiner Rede, in seiner Rede an die Geheimgesellschaften, wofür der drei Worte gebraucht hat, Ruthless, Monolithic, Conspiracy, also rücksichtslose, monolithische Verschwörung. Das ist die Essenz dieses Absatzes von Theodor Griesinger hier. So, bevor ich jetzt fortfahre, möchte ich eben meine Gäste fragen, ob sie da etwas zu sagen haben, oder soll ich fortfahren? Na, keine Antwort, dann fahre ich mal fort. Drittens, weil man dem Orden Jesu Privilegien erteilte, welche den Rechten der Regenten und Obrigkeiten, den Rechten der Erzbischöfe, Bischöfe, Pfarrer und Universitäten, endlich den Rechten der übrigen geistlichen und weltlichen Orden geradezu entgegen sind, sodass eigentlich alle Stände im Staate durch jene jesuitischen Vorrechte in den größten Nachteil kommen. Darüber hatten wir bereits auch im ersten Band dieses Buches gelesen, dass Griesinger damals festgestellt hatte, je erfolgreicher der Orden der Jesuiten in einem Land war, desto schlechter ging es mit dem Land. Wirtschaftlich, geistlich, in jeder Hinsicht im Grunde. Nur den Jesuiten ging es gut. Und wenn es denen gut ging, ging es dem Land dreckig. Man schaue sich nur mal Paraguay an, während der Reduktion ist von Paraguay im 16. und 17. Jahrhundert. Viertens fährt der Autor fort, Viertens, weil während sonst jeder Gesellschaftsvertrag den verschiedenen Gliedern sowohl Rechte als Pflichten erteilt, die Mitglieder der Sozietät Jesu nur Pflichten haben. Und zwar nur Pflichten gegen den General, welchem sie unbedingt im Gehorsam schulden, ohne dass sie dagegen auch Rechte besessen. Im Gegenteil hat der General die Befugnis, dieses oder jenes Glied ganz nach seinem Belieben aus dem Orden zu verstoßen und der Ausgestoßene hat weder das Recht, gegen diesen Gewaltakt Appellationen, also Berufung einzulegen, noch auch nur nach dem Grunde desselben zu fragen, noch endlich auf einen Unterhalt über die übrige Lebenszeit Anspruch zu machen. Fünftens endlich, weil jedes Mitglied der Gesellschaft Jesu auch in Beziehung auf den Glauben und die Glaubenssatzungen dem General unbedingten sklavischen Gehorsam schuldig sind. Selbst dann, wenn es dem General und der Generalkongregation gefiele, Gesatzungen zu dekretieren, welche im offenbaren Widerspruch mit der allgemeinen christlichen Lehre stehen, so dass möglicherweise vollkommen ketzerische Lehren jesuitische Glaubensartikel würden. Aus diesen Gründen, zu welchen noch viele andere untergeordnete Natur dazukamen natürlich, erklärte das Parlament von Paris die Konstitution des Jesuitenordens für eine durch und durch anstößige, welche in einem geordneten Staate unmöglich geduldet werden könne. Und da dieses Urteil sofort veröffentlicht wurde, so kann man sich denken, welch eine ungeheure Aufregung sich der Gemüter aller rechtlich denkenden Menschen bemächtigte. Noch weit mehr steigerte sich diese Aufregung, als wenige Monate später, zu Anfang des Jahres 1762, ein Auszug der in dem Corpus Institutorum enthaltenen anstößigen Lehrsätze der Jesuiten in einem starken Quartbande erschien und man sprach nun in allen gebildeten und wohlgesinnten Kreisen der menschlichen Gesellschaft das Verdammungsurteil gegen die furchtbare Sozietät Jesu aus. In einer Fußnote lesen wir unten an der Seite hier der Titel dieses Buches, das hier erwähnt wurde, dieses starken Quartbandes von 1762, Auszug der gefährlichen und schändlichen Behauptungen, welche die Jesuiten stets und ununterbrochen in ihren Schriften unter Billigung ihre Generale gelehrt haben. Das ist der Titel des Buches. Können sich ja vielleicht Michael und Viktor mal auf die Suche machen, jetzt während der Lesung oder später, und mal sehen, ob wir das Buch irgendwo im Internet auftreiben können, entweder zu kaufen oder als PDF, ob es das irgendwo gibt. Wäre ja vielleicht mal interessant, sich das anzuschauen. So. Und man sprach nun in allen gebildeten und wohlgesinnten Kreisen der menschlichen Gesellschaft das Verdammungsurteil gegen die furchtbare Sozietät Jesu aus. Oh, wie tief bereuten es jetzt die Söhne Loyolas, ihre Konstitutionsbücher den Parlamente von Paris vorgelegt zu haben. Aber, wie sie ja so schön im Flämisch sagen, gedahne Dinge nehme kein Kehr. Was man einmal gemacht hat, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Wie sehr beeilten sie sich alle noch vorhandenen Exemplare derselben Konstitution, soweit sie ihrer Habhaft werden konnten, durch Feuer zu vernichten, um eine größere Verbreitung unmöglich zu machen. Genauso wie sie es jahrhundertelang mit der Bibel gemacht haben. Aber wie bald auch überzeugten sie sich zu ihrer tiefsten Betrübnis, dass sie mit allen diesen Maßregeln zu spät kamen. Nicht bloß nämlich, dass die Konstitutionsbücher des Ordens waren es, über die sich die Welt entsetzte, sondern fast noch mehr die Lehrbücher, welche ihre vornehmsten Theologen verfasst hatten. Ich meine die Lehrbücher über die christliche Moral und Moraltheologie, deren Grundsätze die ganze Sozietät Jesu von jeher für die Irigen erklärte und für welche sie also auch die Verantwortlichkeit übernehmen musste. Da las man ja wahrhaft grässliche Dinge. Dinge, über welche einem die Haare zu Berge standen. Da musste man sich schon auf den ersten Blick überzeugen, dass hier von einer christlichen Moral gar keine Rede mehr sei, sondern von einer mehr als heidnischen Klugheitslehre, welche je nach Zeit und Umständen selbst die ärgsten Sünden zu begehen gestattete. Nun konnte man freilich nicht in Abrede ziehen, dass selbige Bücher zum Teil schon vor hundert und noch mehr Jahren geschrieben worden seien. Und man hätte also schon längst Gelegenheit gehabt, sich über ihren Inhalt zu entsetzen. Allein, die Söhne Riola standen damals in noch allzu großen Ansehen, als dass man es gewagt haben würde, ihnen den Nimbus der Heiligkeit abzuziehen. Und wenn auch einige wenige Gelehrte auf das Gemeinschädliche ihrer Moral aufmerksam machten, wie zum Beispiel Anton Arnold in seiner Moralpraktik der Jesuit vom Jahre 1643, oder wie Blaise Pascal in seinen Lettre Provincial vom Jahre 1656, und da muss ich mal eben was zu sagen. Es sind diese Briefe, die der amerikanische Präsident Adams geschrieben hat, und wo er in einem Brief 1816 an Jefferson geschrieben hat, nachdem ich nochmal diese provinzialen Briefe von Blaise Pascal gelesen habe, muss ich doch zu dem Schluss kommen, dass ich die Wiedergeburt des Ordens Jesu verdammig finde, und dass ich das unmöglich finde und dass wir hier in Amerika unglaublich auf der Hut sein müssen. Ich habe da heute oder gestern Tom Fress noch darüber sprechen hören, dass John Adams, der amerikanische Präsident, diese Briefe von Blaise Pascal damals gelesen hat. Die sollte man sich mal besorgen und anschauen. Aber es gibt noch ganz andere Werke, auch Werke, die hier im Augenblick jetzt gar nicht genannt werden, wie zum Beispiel die Moraltheologie von Alfonso Liguori, der große Moralprediger der Jesuiten. Das sind alles Bücher, die waren damals den Leuten mehr oder weniger zugänglich, aber wurden auch teilweise abgetan, als von, ach das kann ja alles gar nicht wahr sein, das ist ja so schlimm, was hat denn das noch mit Moraltheologie zu tun. Aber lest mal Codewart Babylon, da kommt das auch sehr gut drin vor. Jedenfalls erzählt hier ein paar Werke auch von Anton Arnold, Moralpraktik des Jesuits aus 1643, Blaise Pascal in seinen Lettre Provincial vom Jahr 1656 oder von Nicolas Perrault in seiner Moral des Jesuits, Extracte de leur Livre vom Jahr 1669. Das heißt, die Moral der Jesuiten in einem Auszug aus ihren Büchern von 1669. Dann die Provincialen Briefe von Blaise Pascal und Arnold in seiner praktischen Moral der Jesuiten. So sind die Titel jeweils in Deutsch, die ich hier in Französisch vorgelesen hatte. So hatten solche Angriffe noch keinen großen Erfolg. Die Söhne Loyolas wussten ja dafür zu sorgen, dass derartige Schriften von Seiten der Regierungen verboten und von Henkers Hand verbrannt wurden. Sie wussten dafür zu sorgen, dass die große Waffe der Menschlichkeit des festen Glaubens, Entschuldigung, dass die große Masse der Menschlichkeit des festen Glaubens war. Die Schriften eines Arnold, eines Pascal oder eines jesuitischen Gegners, wie sie alle hießen, enthielten nichts als ungerechte Verleumdungen. Nunmehr aber, als durch das Studium des Corpus Institutorum oder Corpus Delicti der Verfassung der Jesuiten, die Gefährlichkeit des Ordens Jesu für die ganze menschliche Gesellschaft bewiesen war, nunmehr fiel man mit unendlichem Eifer auch über den Inhalt der sonstigen jesuitischen Schriften her und da fand man denn, was man früher für ganz unmöglich gehalten hätte. Eine Morallehre, welche rein Immoralisches dozierte. Eben darum ließ auch das Parlament von Paris eine Menge der hervorragendsten unter den jesuitischen Werken von Amts wegen prüfen und das Resultat war der einstimmig gefasste Beschluss. Die Moralschriften der Jesuiten den kennen wir ja inzwischen, den Kardinal aus Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts, Ludwig Molina, Alfons Salmeron, Gregor de Valencia, Clarus Bonarcius, Johann Astor, Jakob Keller, Gabriel Vasquez, Johann Lorin, Leonard Less, Franz Tollett, Adam Tanner, Martin Beccan, Edmond Pirot, Anton de Escobar, Jakob Thirin, Jakob Gretzwer und Hermann Busenbaum wegen ihres höchst verderblichen und der christlichen Moral durchaus zu widerlaufenden, abscheulichen Inhalts im Palaste des Parlaments unten an der großen Treppe durch den Scharfrichter zerreißen und anschließend verbrennen zu lassen. Um nun übrigens dem Leser einen annähernden Begriff von dem zu geben, was die Söhne Loyolas in ihren Schriften und Kollegien lehrten, will ich mit einer kleinen Blumenlese aus ihrer Doktrin aufwarten, werde mich jedoch dabei keineswegs auf die soeben genannten Hauptmatadure ihres Ordens beschränken, sondern auch andere, besonders neuere Autoren anführen, weil hierin der Beweis liegt, dass die besagten Grundsätze der ganzen Sozietät angehörten und sich auch im Verlauf der Zeit nicht änderten. Sehen wir zuerst, wie die Söhne Loyolas über das Vergehen der Unzucht und des Ehebruchs urteilten. Ich möchte nur mal eben bevor wir hier mit weitergehen, noch mal einen kleinen Kommentar geben. Von Alphons Liguori, also einer, der etwas später erst die Moraltheologie der Jesuiten zu Papier gebracht hat, weil er hier gar nicht mit aufgezählt war, der hat zum Beispiel gelehrt, und das kann man in Code World Babylon nachlesen, da geht es um den Vollzug der Sodomie. Und in der Lehre, in der Moraltheologie von Alphons Liguori wird gesagt, dass der Abbruch der Sodomie, einmal sie begangen ist, eine schwerere Sünde ist, als ob man die Jungfrau Maria vergewaltigt hätte. Also wenn man den Akt der Sodomie beginnt, dann muss man ihn unbedingt durchziehen, weil sonst ist das die größte Sünde, die man begehen könnte. Das ist die Moraltheologie von unter anderem Alphons Liguori. Ja, es gibt so viel, was ich hier noch kommentieren könnte, dass ich im Grunde die Lesung für heute stoppen könnte und mich jetzt zwei Stunden lang darüber erbrechen könnte, über die Moraltheologie der Jesuiten. Ich werde stattdessen die Gelegenheit gebrauchen, um kurz euch eine andere Sache bekannt zu machen, nämlich, mal eben schauen, ob ich das hier drin habe in den Bildern. Das ist ein nächstes Projekt, das ich gerne beginnen möchte und das ich dann wahrscheinlich beginnen werde, wenn diese Lesung von Griesinger abgeschlossen ist. Und zwar geht es um die Moleta Secreta, aber da habe ich anscheinend kein Bild von. Dann muss ich das in den Büchern raussuchen. Hier, und dann möchte ich euch das mal eben zeigen, da habe ich hier in dieser Mappe die Moneta Secreta Warte, da war es doch gerade. Monet So, wir haben alle gesehen hier. Moneta Secreta, schreibt man mit I. Ja, okay. Hier ist es in Deutsch. Dieses PDF. Moneta Secreta, die geheimen Instruktionen der Jesuiten. Das ist Oh, da ist irgendwas mit meinem PDF nicht in Ordnung. Er kennt auf einmal meine ganzen PDFs hier nicht mehr. Okay. Jedenfalls seht ihr, ich habe das Buch als PDF 4 und das ist eins der nächsten Bücher, was ich in Anschluss auf Theodor Griesinger hier wahrscheinlich werde lesen, was ich dann lesen möchte. Ja, da werden wir noch eine ganze Menge auf das zurückkommen, was hier geschrieben steht. Ja, über die Moneta Secreta habe ich auch schon in Englisch gelesen, im Anfang von Code for Babylon und dieses Buch steht uns auch in Deutsch zur Verfügung. Das ist auch in Kursivschrift, also in dieser, Entschuldigung, in Frakturschrift geschrieben und da werde ich mich dann bemühen, mich damit zu verbinden, wenn wir dieses Buch hier beendet haben und werde dann die geheimen Instruktionen der Jesuiten lesen. Nun fahren wir fort, was der Autor hier sagt. Derjenige, sagt Pater Franz Xavet Felegi in seinen praktischen Fragen über die Funktionen des Beichtvaters Augsburg 1750 auf Seite 284. Derjenige, welcher ein junges Mädchen mit ihrer eigenen Einwilligung verführt, begeht keine Sünde, weil sie Herren ihrer Person ist und ihre Gunstbezeugungen zuwenden kann, wenn sie Lust hat. Ganz dasselbe behauptet der Pater Escobar in seiner Moraltheologie, welcher er anno 1655 in Folio zu Lyon drucken ließ, also in Papieren, in, ja, in Papieren heißt das in Folio, also ein ungebundenes Buch und auch der Pater Moulet drückt sich ähnlicherweise in seinem Moralkompendium aus. Derjenige aber, setzt er dann weiterhin zu, welcher durch Gewalt Drohung oder List eine Jungfrau in andere Umstände versetzt hat, ohne ihr die Ehre zu versprechen, ist gehalten, dass junge Mädchen und ihre Verwandten über alle Schaden, der daraus für sie entstanden, zu entschädigen, indem er ihr eine Ausstattung gibt, damit sie jemanden findet, der sie heiratet, oder indem er sie selbst ehelicht, wenn er sie nicht anders entschädigen kann. Wenn in dessen sein Vergehen vollkommen geheim geblieben ist, so ist er nach dem inneren Gewissensgesetze zu keiner Entschädigung verpflichtet. Eben dieser Pater Moulet lehrt ferner, Zitat, Wenn jemand mit einer Frau schuldvolle Beziehungen unterhält, nicht weil sie verheiratet, sondern weil sie schön ist, so liegt hierin, trotz des verheirateten Zustands der Frau, nicht die Sünde des Ehebruchs, sondern die der einfachen Unkeuschheit. Ende Zitat. Über die Unzucht im Allgemeinen äußert sich Pater Etienne Bory in seinem Werke De la Somme des Peches, erschienen in Paris 1653, auf Seite 77 folgendermaßen, Zitat, Es ist allen Arten von Personen erlaubt, liederliche Orte zu besuchen, um dort sündhafte Weiber zu bekehren, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass man da selbst sündigen wird, weil man sich durch den Anblick und die Liebkosungen dieser Weiber nur zu leicht verführen lässt. Es ist aber kein Stuprum, sondern nur Fornicatio. Also, ich weiß jetzt zwar nicht, was Stuprum heißt, aber Fornicatio ist ja, kommt von Fornicating, heißt von nur Geschlechtverkehr. Das ist im Grunde dieselbe mentale Reservation, die Bill Clinton eingerufen hat, als er nach Sex mit Monica Lewinsky gefragt wurde und sagte, ich hatte keine sexuellen Beziehungen mit dieser Frau. Sie hat mir nur eingeblasen, aber das ist keine sexuelle Beziehung. Denn ein Stuprum begeht man, wenn die Handlung mit einer Jungfrau wider ihren Willen und mit Gewalt geschieht. Die Fornicatio dagegen beruht auf gegenseitiger Einwilligung und es geschieht dem Weibe, mit dem man es zu tun hat, hierdurch keine Beleidigung. Auch die Begünstigung der Unzucht und das Zuführen ist nach der Ansicht der Jesuiten etwas durchaus Erlaubtes. Und es drückt sich der Pater Castro Paolo in seinem Buch De Virtutibus et Vitis auf Seite 18 von 1631 hierüber so aus. Zitat Wenn ein Domestik seines Lebensunterhalts wegen sich gezwungen sieht, einem ausschweifenden Herren zu dienen, so erlaubt ihm die Notwendigkeit, bei den schwersten Vergehen mitzuhelfen. So kann er ihm Konkubinen suchen und zuführen oder ihn auch an schlechte Örter bringen und wenn sein Herr ein Fenster erklettern will, um zu einer Frau ins Schlafzimmer zu kommen, so darf er ihm den Fuß halten, aber ihm eine Leiter bringen, weil er an sich das ganz gleichgültige oder ihm eine Leiter bringen, weil das an sich ganz gleichgültige Handlungen sind. Ende Zitat Erinnert ein wenig an der Zweck heiligt die Mittel. Eine ganz eigentümliche Auslegung gibt Pater Cornet de la Pierre in seinem Kommentar zum Propheten Daniel aus Paris 1622 veröffentlicht mit dem bekannten Vorfall der Susanne, indem er der Letzteren folgendes Räsonnement in den Mund legt, also folgende Begründung, Erklärung in den Mund legt. Zitat Wenn ich mich, so spricht Susanne, wenn ich mich den unzüchtigen Wünschen dieser Greise hingebe, so ist meine Ehre verloren, wenn ich mich aber widersetze, so steht mein Leben auf dem Spiele. Ich werde also in die schmachvolle Handlung nicht einwilligen, aber ich werde sie dulden und nichts davon sagen, um Ehre und Leben zugleich zu behalten. Ende Zitat So, die Susanne Die jungen Weiber ohne Erfahrung noch denken, um keusch zu bleiben, müsse man um Höfe schreien und mit allen seinen Kräften dem Verführer widerstehen. Sie wissen also nicht, dass man bloß sündigt durch Einwilligung und Beihöfe und dass keine Sünde vorhanden ist. Zitat Sobald man nur innerlich keinen Teil nimmt. Ende Zitat Hierin stimmt ganz mit Corneille de la Pierre über ein Jacques Terrain und er sagt in seinem biblischen Kommentar von 1668 auf Seite 787 Zitat Die deutsche, oder die deutsche, die keusche Susanne hätte ihren Leib den alten Männern überlassen müssen, jedoch ohne einzuwilligen oder behöflich zu sein und nichts verpflichtete sie zur Erhaltung ihrer Keuschheit ihre Schande durch Geschrei bekannt zu machen, da guter Ruf und das Leben der Reinheit des Körpers vorzuziehen sind. Ende Zitat Wenn nun aber in den bisher angeführten unmoralischen Moralsätzen die jesuitischen Schriftsteller stets ganz einig waren, so scheint dagegen in einem anderen Punkte, nämlich in dem des Geldnehmens für die Prostitution, einiger Widerspruch unter ihnen zu herrschen. So schreibt zum Beispiel der Pater J. Gordon, ein schottischer Jesuit, allgemeine Moraltheologie Band 2, Buch 5, Zitat Ein Freudenmädchen kann sich mit Recht bezahlen lassen, nur muss sie keinen zu hohen Preis stellen. Dasselbe ist mit jedem jungen Mädchen der Fall, welches sein Gewerbe heimlich treibt. Eine verheiratete Frau aber hat nicht dasselbe Recht, sich bezahlen zu lassen, weil der Gewinn der Prostitution in dem Heiratskontrakte nicht vorher stipuliert ist. Ende Zitat Der berühmte Escobar dagegen sagt, Zitat Was ein verheiratetes Weib durch Ehebruch verdient, darf sie als ein rechtmäßig erworbenes Gut ansehen, nur muss sie ihren Mann an dem Genuss des Gewinns Anteil nehmen lassen. Ende Zitat Noch weiter geht der Pater Tamburini aus dessen Confession Ese ich folgende Stelle, Buch 8, Kapitel 5, mir auszuführen erlaube oder anzuführen erlaube. Zitat Wie teuer kann ein Weib das Vergnügen verkaufen, welches es gewährt? Antwort Um das richtig zu beurteilen, muss man auf Adel, Schönheit und Umstand des Weibes Rücksicht nehmen, denn eine anständige Frau ist mehr wert als diejenige, welche dem ersten Besten ihre Türe öffnet, distinguieren wir. Entweder es handelt sich um ein Freudenmädchen oder es handelt sich um eine anständige Frau. Ein Freudenmädchen kann rechtmäßigerweise nicht mehr von dem einen verlangen, als sie von dem anderen genommen hat. Sie muss einen bestimmten Preis haben und das ist ein Kontrakt zwischen ihr und dem Besucher. Er, der Besucher, gibt das Geld und sie ihren Körper, gerade wie der Wirt den Wein und der Gast die Blech, die Zech schuld. Aber eine Frau von Anstand und Stand kann verlangen, was sie Lust hat, weil bei Dingen von dieser Natur, welche seinen allgemeinen fixierten Preis haben, die Person, welche verkauft, Herren ihrer Ware ist. Sie also hat das Recht, gleich einer reinen Jungfrau, ihre Ehre so teuer zu verkaufen, als sie sie schätzt und niemand darf sie deshalb des Wuchers beschuldigen. Ende. Zitat. Ich werde jetzt noch, bevor wir weitergehen, noch mal einen ganz kurzen Ausflug machen in den ersten Band von Griesinger, wo ihr euch sicher erinnert, dass wir davon gesprochen hatten, wie die Jesuiten damals in Indien war es, Indien, Japan, da irgendwo in der Gegend, ich glaube es war Indien, wo sie die Freudenmädchen unter Kontrolle hatte und auch später in Rom, nee, nee, in Rom war es, als wir über Rom gesprochen hatten, und wo sie den Weibern damals gesagt hatten, das was ihr macht hier ist keine Sünde, solange ihr dafür uns bezahlt. Da habe ich noch gesagt, von schaut, die Jesuiten werden hier Zuhälter und das ist hier mit dem, was wir hier lesen, ja nun auch gerade viel anders. Es tun sich wahrlich Abgründe auf in dem weiteren Lesen dieses Teils des Kapitels hier. Und deswegen fährt der Autor jetzt auch fort und sagt, so viel von den jesuitischen Lehren über das Vergehen der Unzucht. Hören wir nun, was diese frommen Patres von den Verbrechen des Diebstahls hielten. Ist es, so sagt Pater Pierre Aragon, in seinem Abreguet de la Somme Theologique de Saint Thomas de Kien, also in seinem, das ist mehr oder weniger eine Zusammenfassung der Summa Theologica von dem heiligen Thomas von Aquinus aus dem 13. Jahrhundert. Ist es, so fragt er, jemandem erlaubt, in Folge des Notstandes, in dem er sich befindet, zu stehlen? Antwort, ja, das ist erlaubt. Sei es heimlich, sei es öffentlich. Aber nur, wenn man keine anderen Mittel hat, für seine Bedürfnisse zu sorgen. Auch liegt hierin weder Gewalttat noch Raub, weil nach dem Naturrechte alle Dinge gemeinschaftliches Gut sind, so wie weil jedermann verpflichtet ist, sein Leben zu erhalten. So, das finde ich hier einen sehr guten Punkt, um diese Lesung heute zum Abschluss zu bringen. Wir sind noch nicht auf einer Stunde, aber das denke ich, werden wir mit den Abschlusskommentaren ohne Probleme erreichen. Nur, ich muss hier abschließen, weil ich hier sowieso noch einen Kommentar euch darüber erzählen muss. Ich kann gar nicht anders. Was hier in diesem letzten Satz steht, auch liegt hierin weder Gewalttat noch Raub, weil nach dem Naturrechte alle Dinge gemeinschaftliches Gut sind. Gemeinschaftliches Gut, das nennt man im Englischen Come and Good. Das ist ein Ausdruck, den hat Papst Franziskus sechsmal gebraucht in seiner Rede an den Amerikanischen Kongress in einer Gemeinschaftssitzung im September 2015. Das ist ein Ausdruck, der kommt in dem Buch von Thomas von Aquin oder Thomas Aquinas oder wie der auch immer im Deutschen heißt. Thomas von Aquinas, glaube ich, heißt er im Deutschen. Das kommt in dem auch ständig vor. Und was noch viel wichtiger ist und deswegen finde ich das so schön, das ist so, arbeitet der Heilige Geist. Ich habe heute, als ich mit dem Auto nach Antwerpen und von Antwerpen zurück unterwegs war, Tom Fress von 2010 gehört und da hat er erzählt, dass Richard Bennett damals ein Papier rausgebracht hat, in dem er die päpstliche Enzyklika Caritas in Veritate erklärt hat. Diese päpstliche Enzyklika Caritas in Veritate wurde damals rausgebracht von Antichrist Papst Benedikt XVI. Und heißt im Grunde Charity in Truth. Das heißt so viel wie Wohltätigkeit in Wahrheit. Caritas in Veritate, wenn man das ins Deutsche übersetzt. Und Richard Bennett, der 22 Jahre Priester der römisch-katholischen Kirche war und dann durch Jesu Gnaden da rausgekommen ist, ist einer, der nicht nur Lateinperfekt spricht, weil er ja 22 Jahre als Priester das auch machen musste, sondern der auch die Papstsprache sehr gut versteht und der nimmt diese päpstlichen Enzykliken im Original-Lateinischen, übersetzt sie ins Englische und erklärt sie dann auch noch. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen probieren, dieses Schreiben von Richard Bennett, was wohl aus dem Jahre 2010 kommt, über Caritas in Veritate zu bekommen. Und warum ist das so wichtig und erinnert mich das daran? Weil Caritas in Veritate genau davon handelt, was wir hier von dem Thomas Aquin sehen, was der Pierre Aragon in seinem Abreguet de la Somme Theologique de Saint-Thomas d'Aquin drüber gesprochen hat. Wo Caritas in Veritate das ganze päpstliche Enzyklikal geht nur darum, dass es sagt, weil nach den Naturrechten alle Dinge gemeinschaftliches gut sind, sowie weil jedermann verpflichtet ist, sein Leben zu erhalten. Mit anderen Worten, und übrigens diejenigen, die Walter Veith kennen, haben sie Walter Veith das vielleicht auch mal hören, sagen, der meinte, er wohnt in Südafrika und da passiert das, dass man mal ein paar Wochen in Urlaub geht und man kommt zurück und andere Leute wohnen auf einmal in der Wohnung, in der man selber vorher gewohnt hat. Ja, sie waren ja nicht hier. Die Wohnung war frei, also da wohnt ja keiner drin und wir brauchten sie. Wir haben sie uns genommen. Dieses Recht, das gibt es tatsächlich so in Südafrika. Erkunde ich euch doch mal. Mir ist damals, wir sind damals bei einer D.U. anabgefallen, als Walter Veith das im Video erzählt hat, aber es stimmt tatsächlich. Ich habe damals auch noch einen Bekannten gehabt aus Südafrika, der mir das auch bestätigt hat, dass das da tatsächlich so ist. Wenn man Not hat an irgendeiner Sache, dann kann man sich das einfach so nehmen. Und genau das wird beschrieben in Caritas in Veritate. Und ich werde mal eben sehen, Caritas in Veritate, da habe ich normalerweise ein Bild von. Wollen wir eben sehen. Wenn ich hier Caritas eingebe, dann kann ich euch das zeigen. Hier ist das von Papst Benedikt XVI. mit ihm selber auch noch mit drauf. Caritas in Veritate, Papst Benedikt XVI. Die Welt wird konfrontiert mit der Kraft des Evangeliums. Naja, dass die römisch-katholische Kirche ein anderes Evangelium predigt als Jesus Christus und als der Vater in der Bibel, das wissen wir inzwischen alle. Das wird hier nochmal bestätigt. Ich werde halt versuchen, das zu bekommen von Richard Bennett und dann werde ich ganz freundlicherweise an den Victor fragen, der ja wieder so viel Freizeit hat und gar nichts weiß damit anzufangen, ob er mir dieses von Richard Bennett dann im Englischen übersetzte nicht ins Deutsche übersetzen kann und dass ich das dann nicht bringen kann. Ja, was sagst du jetzt zu meiner Bemerkung, Victor? Ja, ich denke schon. Also, ja, es ist natürlich schon so, mit der Zeit, wenn man, sag ich mal, nicht mehr so fest in dieser Welt steht und dann merkt plötzlich auch so an diesen ganzen Dingen, an denen man vorher so viel Vergnügen hatte, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Brot- und Spiele-Aktivitäten, ne, da gibt's ja reichlich und dann merkt man plötzlich, wie fülle ich denn jetzt dieses Vakuum aus und ich denke, da wird sich dann doch so eine Übersetzung anbieten. Also, ja, bin ich mal gespannt, was du mir dann da an Material dann zukommen lassen wirst. Ich hoffe, dass ich es in Kürze von Richard Bennett zugesendet bekomme, ja, sonst müsste ich mal sehen, auf welchem Weg ich da dran komme, weil Tom wird's wahrscheinlich sicherlich nicht mehr haben. Ja, gut, dann möchte ich euch beide Fragen abschließende Kommentare zu der Lesung von heute zu geben. Wer möchte denn anfangen? Viktor, du oder Michael? Ja, dann kann ich ja gleich weitermachen, wenn du jetzt auch schon mein, das Bild noch auf dem Desktop noch offen hast. Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, die Lesung heute, weil es sich nochmal so bestätigt, auch natürlich, wenn man auch natürlich ein bisschen mit der Bibel sich auseinandersetzt, das wir zum Beispiel im zweiten Thessaloniker zweites Kapitel Vers 3 lesen, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall beziehungsweise die Abwehr von Christus kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens und wie wir jetzt in diesen ganzen Moraltheologien von den verschiedenen Jesuitenpatern ja gelesen jetzt haben oder herausgefunden haben, dass die natürlich genau dafür sorgen, dass dieser Abfall, dass diese Abkehr von Christus ja diese Ideologie, die sie da oder diese Rechtfertigungslehren, sage ich mal, für die Sünde in die Welt verbreiten und damit natürlich dafür Sorge tragen, dass leider Gottes viele Seelen darauf anspringen, Anklang finden und das dann auch so leben und leider nicht so leben, wie es unserer Schöpfer, unser himmlischer Vater uns in der Bibel uns mitteilt und ja, ich möchte mich an der Stelle bedanken für diese wunderbare, tolle Lesung, übergibt dann das Wort an Michael, freue mich noch auf seinen Kommentar und sage dann an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Viktor, vielen Dank, Jörg, fürs Vorlesen, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer fürs Mitverfolgen, ich hätte jetzt nur noch einen allgemeinen Kommentar zu dieser Lesung, da ist mir aufgefallen, man hat ja einige Menschen, die unter Umständen auch bekannt sind, wie Blaise Pascal schon zitiert, man sieht daran, dass es jetzt bei uns und auch beim Herrn Griesinger einfach nicht um ein bloßes Jesuiten-Bashing geht oder um eine vorgefertigte Meinung, sondern dass also viele Menschen sich über viele Jahrhunderte schon mit diesem Phänomen der Jesuiten auseinandergesetzt haben und deswegen finde ich das ganz wichtig, immer auch die Quellen zu benennen, was der Herr Griesinger immer ganz toll in seinen Fußnoten macht. Ich habe leider in der Zwischenzeit nicht herausgefunden, wo dieses Buch, was Jörg angesprochen hat, zu bekommen ist. Vielleicht hat der Viktor da schon was gefunden oder vielleicht können wir es auch nachreichen in der Video besprechen und wir schauen es mal. Auf jeden Fall war mir wichtig zu erwähnen, dass ich also gespannt zugehört habe und ich hoffe, Sie auch und dass wir uns auch demnächst wieder dann sehen zur nächsten Lesung von Griesinger, der unter anderem einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller ist, der die Jesuiten dann tatsächlich mal aufgekrempelt hat und das macht ihn dann im deutschen Sektor dann sicherlich auch zu einer gewissen Größe und die hat er dann auch, die haben auch andere gehabt, die darüber geschrieben haben, wie beispielsweise Edmond Paris und viele andere mehr, sodass sich dann ein rundes Bild ergibt, dass es eben dann von verschiedensten Quellen aus den verschiedensten Zitaten heraus ein gesamtes rundes Bild ergibt, wo wir heute ein weiteres Kapitel von genießen durften. Vielen Dank dafür. Ja, danke Michael für deine Schlussworte und danke auch Victor für deine Schlussworte, die du gerade eben gefunden hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch ja noch nicht vorher gelesen. Oftmals habe ich die Zeit, Dinge vorher zu lesen und dann weiß ich, was mich so erwartet. Heute bin ich da mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden, habe mich nur ein bisschen darauf verlassen, dass ich das Thema selbst in Englisch und anderen Lesungen und auch in Deutsch und in anderen Lesungen früher schon mal hier und da angepackt habe. Aber in dieser Tiefe habe ich mich in Deutsch zumindest mit den Moralvorstellungen der Jesuiten noch nicht beschäftigt. Und mir ist nur bewusst geworden bei dem Lesen heute, dass wir hiermit eine, wie sagt man das so schön, Pandoras-Dose geöffnet haben. Ja, weiß ich, sagt man das Pandoras-Dose im Deutschen oder was, im Englischen ist es Pandoras-Box. Die Büchse der Pandora, ja. Ja, die Büchse der Pandora, danke. Dass wir also hier eine Kiste mit Informationen aufgetan haben, wo man sich auch, jetzt mal, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wo man sich mit vorsehen sollte, jetzt nicht in einer Buchlesung hier 15 oder 20 Seiten in einer Stunde runterzurasseln, sondern dass man sich wirklich Wort für Wort, Zeile für Zeile, Satz für Satz und Absatz für Absatz Zeit nehmen sollte, die Dinge auf sich einwirken zu lassen. Und ich möchte an jeden Zuschauer dieses Videos appellieren, besorgt euch das Buch von Theodor Griesinger, das ich hier in PDF vorlese, gratis als PDF im Internet. Lest es noch einmal nach. Pausiert das Video vielleicht an einer bestimmten Stelle, wo euch die Information in einem bestimmten Punkt zu viel wird oder wird oder wo ihr gerne Namen oder Referenzen, die der Autor angibt, selber nachforschen wollt. Pausiert das Video einmal, sind darüber nach, geht in euch und messt schlussendlich alles an der Bibel. Kann dann eine Gesellschaft, die sich die Gesellschaft Jesu nennt, den Jesus Christus aus der Bibel vertreten, wenn sie diese Moraltheologien nicht nur ihren Mitgliedern lehrt, sondern vor allen Dingen eben auch nach diesen Moraltheologien handelt, wie eine einzige Person, wie ich bereits in der Lesung sagte. Monolithische Verschwörung. Die Gedanken des Generals der Jesuiten und die Aufträge und Taten des Generals der Jesuiten wird von jedem einzelnen Mitglied dieser Gesellschaft ausgeführt. Was bewegt Leute, die sich einer solchen Gesellschaft anschließen, die dann noch den Namen unseres Herrn so dermaßen durch den Dreck zieht. Es sollte einem jeden spätestens nach dieser Lesung, wenn die anderen, ich weiß nicht, 50 Lesungen, die wir bis jetzt hatten, inklusive Band 1, wenn die noch nicht dazu geführt haben, einem die Augen zu öffnen, dann sollte diese Lesung heute uns die Augen geöffnet haben. Und vor allen Dingen zu einem letzten Punkt nochmal eben, über die Moral der Unzucht, die wir gerade eben zum Schluss nochmal ein wenig besprochen haben. Jetzt wird euch vielleicht deutlich, warum die römisch-katholische Kirche nicht aufschreit wie ein gewundetes Tier oder verwundetes Tier, wenn irgendwo Pornofilme gespielt werden. Weil sie das nämlich mit ihrer Moraltheologie vereinbaren kann, dass das passiert. Es müssen nur die richtigen Bezahlungen hier und da passieren. Es müssen nur die richtigen mentalen Reservationen, geistigen Vorbehalte einberufen werden und dann ist das alles keine Sünde. Dann ist das alles in Ordnung. Darum geht die römisch-katholische Kirche nicht vor gegen Prostitution und darum geht sie nicht vor gegen Sodomie und darum geht sie nicht vor gegen Pädophilie, weil sie mit ihrer Moraltheologie das alles anständig findet. Das ist ein Punkt, den man jetzt im Abschluss bringen muss. Und sicher, wo ich in den nächsten Tagen damit anfangen werde, die Kindesmissbrauchs Geschichte der römisch-katholischen Kirche mit Hilfe von einigen Artikeln, die unter anderem der Viktor zusammen mit Video, die er übersetzt hat, mit übersetzt hat, bringen werde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die ganze zwischen Anführungszeichen Unmoral in unserer Welt ist nur deshalb da, weil die römisch-katholische Kirche durch die Jesuiten und ihre Satzungen und ihre Moraltheologie diese Unzucht nicht Unzucht nennt, sondern sie begründet, sie gut heißt und fördert. Und das war mir wichtig zum Abschluss nochmal eben zu sagen. Wie gesagt, beinhaltet das Video hier und da zu viel Information auf einmal, um es zu bearbeiten. Schaut es euch bitte nochmal an. Lest das Buch selber, lest mit, lest es für euch selber im stillen Kämmerlein oder wo auch immer. Lest es mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten und Verwandten, sorgt dafür, dass ihr dieses zum Thema macht, dass ihr begreift, dass unser heutiger Papst Franziskus ein Jesuit des vierten Eides ist und diese Moraltheologie lebt und auch lehrt. und darum ist die Welt so, wie sie heute in diesem Augenblick ist. Deswegen bleibt mir zum Schluss nur noch mein ewiger Aufruf. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. 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 Darief. Darief. difíciles. D sins.